Ich bekomme sehr oft in den Kommentaren unter meinen YouTube-Videos, aber auch von Freunden und Bekannten per WhatsApp oder über meine Social-Media-Kanäle die Frage, Thomas, du redest und postest so viel über die Kryptoakademie, was ist das denn überhaupt und warum sollte man da reingehen und was sind denn überhaupt die Vorteile von dieser Kryptoakademie? Und bevor ich jetzt hier jedem Einzelnen antworte, habe ich mir gedacht, ich drehe ein Video, das jeder sich anschauen kann, der sich genau diese Frage stellt und ich hoffe am Ende des Videos bist du schlauer, was ich mit dieser Kryptoakademie überhaupt meine. Starten wir also direkt rein. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Thomas Pollert und auf dem Kanal geht es darum, dich digital und finanziert zu machen. Heute sprechen wir auch über das Thema Finanzen, genauer gesagt über Kryptowährung und Blockchain-Technologie und noch genauer gesagt über die Kryptoakademie, von der ich ja so oft in meinen Videos, ganz besonders am Ende der Videos, rede, aber auch natürlich auf meinen Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram, wo ich eigentlich mehrheitlich aktiv bin. Und wie eingangs gesagt, bevor ich jetzt jedem Einzelnen das Ganze erkläre, habe ich mir gedacht, ich drehe ein kurzes Video ab von 20, 25 Minuten, wo du dann dementsprechend das Ganze erklärt bekommst und danach hoffentlich dann weißt, was ich damit denn genau meine, was das Ganze ist, diese Kryptoakademie und welche Vorteile du mit der Kryptoakademie hast. Und ich glaube, bevor wir uns mit der Kryptoakademie beschäftigen, muss man doch einfach erstmal darüber nachdenken, warum sollte man sich überhaupt mit Kryptowährung und der Blockchain-Technologie auseinandersetzen. Weil du kennst es vielleicht im Bekanntenkreis, ja, dadurch, dass die Medien immer mehr über Bitcoin, mal positiv, mal negativ berichten, wissen die ansatzweise etwas darüber. Aber wenn du jetzt mal sagst, Herbert, Bärbel, Sven, wie auch immer deine Bekannten, Verwandten heißen oder Freunde, erklär mir doch einfach mal in zwei, drei Sätzen, was ist Bitcoin genau? Und das können dir die wenigsten wirklich erklären, diese Technologie Bitcoin, diese Blockchain-Technologie Bitcoin, die da ist. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und sagst, jetzt erklär mir mal dieses Decentral Finance, dieses DeFi oder jetzt erklär mir doch mal dieses NFT, dann haben die meisten da draußen doch, und vielleicht du auch, ein ganz großes Fragezeichen im Kopf. Und wenn ich dir jetzt sage, oder wenn du es weißt und den anderen es sagst, dass wenn du die letzten zehn Jahre rückblickend in Bitcoin investiert hast, also von 2011 bis 2021, dann hast du eine durchschnittliche Jahresrendite von über 200% gemacht. Und das ist deutlich mehr als das, was du mit jeder anderen Anlageklasse gemacht hast. Und das ist ganz einfach nur, indem du Bitcoin hältst. Das heißt, du hast Bitcoin irgendwann mal gekauft und hast es liegen lassen. Du musst es nicht verkaufen, wieder kaufen, verkaufen, wieder kaufen, einfach nur liegen lassen. Dann hast du auf zehn Jahressicht eine durchschnittliche Jahresrendite von über 200% pro Jahr gemacht. Kleiner Vergleich, der S&P 500, das ist so der Leitindex der Aktien sozusagen, hat in diesem Zeitraum durchschnittlich so ungefähr 20% pro Jahr gemacht, was für den Aktienmarkt auch eine sehr, sehr gute Rendite ist. Das muss man fairerweise sagen. Gold hat zum Beispiel in diesem Zeitraum eine Durchschnittsrendite von knapp 1,5% gemacht. Und jetzt haben wir das nächste Thema. Wir haben nicht nur Bitcoin, wir haben unzählige Kryptowährungen mit unzähligen Anwendungsbereichen und mit unzähligen Potenzialen. Und ich glaube, die wenigsten kennen sich mit diesem Bereich aus, diese sogenannten Altcoins. Vielleicht haben sie einen Favorit. Das heißt, die kennen ein, zwei Coins. Und dann gibt es auch einen Coin dabei, der wird dann total gehypt und der wird dann draußen rum erzählt, dass man da unbedingt rein investieren muss. Ja, und das ist auch völlig okay, dass man einen Favoriten für sich hat. Genauso wie man, wenn man Fußballfan ist, meistens auch nur ein Fußballverein hat, wo man richtig Fan ist und das andere beobachtet man einfach nur. Und so soll es ja auch bei Kryptowährungen sein. Aber letztendlich so richtig diesen Gesamtmarkt kann dir wenige Menschen erklären und schon gar nicht da draußen in der Masse. Natürlich Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, so wie ich oder vielleicht auch du, die können das Ganze. Und dann gibt es ja noch dieses klassische Finanzwesen, zum Beispiel das Tagesgeldkonto, das Sparbuch, das Festgeldkonto. Und viele Menschen da draußen haben das Geld immer noch da drauf. Und das ist schade, denn es gibt ja diese dezentrale Finanzwelt. Das heißt, du brauchst heutzutage gar keine Banken mehr. Du brauchst heute gar keine Zentralbanken mehr, die irgendwie den Euro, den US-Dollar gerade drucken, als gibt es kein Morgen mehr. Und du musst nicht damit leben, dass du irgendwie nur 0,01% oder 0,1% Zinsen bekommst. Und die Inflation frisst diese Zinsen wieder weg. Aber die meisten geben sich den einfach nur hin. Und das ist einfach schade, weil es gibt ja diese dezentrale Finanz, wo du mit relativ wenig Risiko, und Bitcoin ist glaube ich die Kryptowährung, wo du das geringste Risiko hast. Und ich glaube, das Risiko bei Bitcoin ist nicht viel höher oder weniger, als wenn du den Euro hältst. Und hier bekommst du 5% Zinsen zum Beispiel. Das ist besser, als wenn du das auf dem Sparbuch hast, auf dem Tagesgeldkonto, auf dem Festgeldkonto. Oder wenn du ein bisschen risikobewusster bist und sagst, okay, ich freunde mich auch mit diesen ganzen Alternativcoins an. Dann kannst du, indem du die einfach nur kaufst und quasi hältst, kannst du hier Renditen von 70, 80% im Jahr erzielen. Das ist besser, als jedes Festgeldkonto. Das ist besser, als jeder P2P-Kredit. Also Person-zu-Person-Kredit, den man da draußen vergeben kann. Mit dem Euro. Und ich glaube, die wenigsten wissen das. Und ich glaube, die wenigsten können das da draußen wirklich erklären. Und das ist einfach schade, weil es die Möglichkeit ja einfach gibt. Und es ist schade, dass die Menschen da draußen diese Möglichkeit nicht nutzen. Und das vielleicht so ein bisschen zu diesem Thema Kryptowährung, dezentraler Finanz, NFTs und so weiter. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Warum sollte man jetzt so eine Kryptoakademie bauen? Und was war jetzt irgendwie so der Ansporn, warum wir jetzt das gemacht haben? Und letztendlich, du kennst vielleicht noch diese Videotheken. Ich, früher als junger Mensch, bin auch immer gegangen, wenn ich einen Film gucken wollte. Dann bist du letztendlich in die Videothek gegangen, hast dann ein, zwei, drei Filme mitgenommen, hast die vielleicht für zwei Tage ausgeliehen und hast dann pro Film einen gewissen Betrag bezahlt. Wenn du sagtest, hey, ich wollte das sogar als Eigentum haben, das heißt, der Film, das ist total mein Favorit gewesen, dann bist du zum Mediamarkt gegangen oder wo auch immer hin, wo du Filme kaufen konntest und hast dir das Ding für 15, 20, 30 Euro dann komplett gekauft und es war dein Eigentum. Das heißt, du hast jeden Film quasi einzeln ausgeliehen oder du hast jeden Film einzeln gekauft und hast einzeln dafür pro Film bezahlt. Jetzt gibt es die Weiterentwicklung, es gibt Netflix, es gibt Amazon Prime und hier ist es doch so, dass du hier zum Beispiel unzählige Filme drin hast, du hast unzählige Serien drin, ohne dass du irgendwie einzeln kaufen musst. Du musst nicht jeden Film einzeln kaufen, du musst nicht jede Serie einzeln kaufen, sondern du bezahlst eine Gebühr pro Monat, keine Ahnung, 12 Euro, 13 Euro, 15 Euro, je nachdem, wie Netflix gerade kostet und das bezahlst du pauschal im Monat und du kannst so viele Filme gucken, du kannst so viele Serien gucken, wie du möchtest. Das Ganze geht auch mit Amazon Prime, mit Maxdome und vielen weiteren Streamingdiensten. Das Ganze geht auch in der Musikbranche. Früher hast du dir einzelne CDs gekauft und hast dann immer da 12, 13, 14 Euro oder manchmal sogar 20 Euro für so ein Album bezahlt und hast das Ganze dann vielleicht 4, 5, 6 Mal angehört und danach konntest du die Musik einfach nicht mehr hören. Und heute gibt es Spotify, heute gibt es Deezer, wo du so viel, YouTube Music auch, wo du so viel Musik hören kannst, wie du willst und du bezahlst einen pauschalen Betrag pro Monat dafür und kannst das Ganze so viel konsumieren, wie du möchtest. Das Ganze gibt es auch mit Zeitungen. Ich kenne es noch, bei meinem Vater kommt immer noch die Tageszeitung regelmäßig ins Haus geflattert. Ab und zu geht meine Mutter dann mal in den Supermarkt los oder in den Zeitungskiosk und kauft sich dann irgendwie so eine Hausfrauenzeitung, wie ich sie immer nenne. Und sie bezahlen immer einzeln dafür Geld. Brauchst du heute auch nicht mehr. Heute hast du dieses Readly. Du kriegst dir unzählige Zeitungen, du kriegst dir unzählige Magazine, zum Beispiel Chip und die ganzen Hausfrauenmagazine und du bezahlst hier einen Pauschalbetrag. Du bezahlst einmal im Monat, wie es jetzt hier steht, 10 Euro und kannst so viele Zeitungen, so viele Zeitschriften, so viele Fachmagazine lesen, wie du möchtest. Und jetzt kommen wir zum Thema Kryptowährungen. Und es gibt unzählige Einzelkurse da draußen. Du siehst es hier. Es gibt zum Beispiel bei Udemy. Udemy ist so, ja, wo du ganz viele Videokurse auf einer Plattform hast, aber nicht jetzt mit einer einzelnen Gebühr, sondern du kannst jetzt hier sagen, ich möchte technische Analyse, ich möchte Bitcoin-Trading betreiben. Dann kannst du hier einen einzelnen Kurs kaufen, der kostet dich dann 130 Euro. Dann kannst du sagen, okay, ich möchte hier auch nochmal Trading, das komplette Trading lernen, kannst du für 160 Euro kaufen. Dann sagst du, hm, ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt in Kryptowährungen investieren muss. Gut, dann hole ich mir so einen Videokurs, der mir zeigt, wie kann ich überhaupt in Kryptowährungen investieren. Bezahlst du 70 Euro. Dann kannst du sagen, okay, ich kenne jetzt vielleicht, wie ich das kaufen muss, aber jetzt würde ich gerne mal diese ganzen Kryptowährungen an sich kennenlernen. So, dann kriegst du hier dann so die Kryptowährungen von A bis Z. Da werden dir dann so quasi alle großen Kryptowährungen, die es da draußen momentan gibt, vorgestellt. Das heißt, du lernst alle Kryptowährungen soweit kennen, bezahlst du 110 Euro und so weiter und so fort. Das Ganze auch mit der Blockchain-Technologie. Du kannst sagen, hm, Blockchain interessiert mich schon, aber wie funktioniert überhaupt diese Blockchain? Wie funktioniert diese Ethereum-Blockchain und so weiter? Dann kannst du hier auch für 200 Euro das kaufen oder für 70 Euro oder für 130 Euro. Das heißt auch hier wieder, wir gehen wieder in diese Zeitschriften-Abo oder in diese Videotheken. So, aktuell musst du, um dich darüber weiterzubilden, immer irgendwelche einzelnen Kurse kaufen. Du kannst natürlich auch unzählige YouTuber abonnieren, weil es gibt YouTuber, die berichten sehr viel über Trading. Es gibt YouTuber, die berichten nicht regelmäßig mit neuesten News. Es gibt YouTuber, die gehen total auf ein Coin ein. Das heißt, die sind total Cardano-Fan, die sind total Ethereum-Fan, die sind total XRP-Fan. Dann gibt es natürlich Bitcoin-Enthusiasten, die regelmäßig über Bitcoin. Dann gibt es YouTuber, die berichten sehr viel über Trading. Dann gibt es YouTuber, die berichten sehr viel über, keine Ahnung was, über so viele verschiedene Themen. Und letztendlich, dann kannst du dir unzählige YouTube-Kanäle abonnieren und kannst dich darüber dann, dann kannst du natürlich auch viele Fachmagazine kaufen, der Crypto-Kompass und wie sie alle heißen. Die kosten dich dann alle irgendwie 10, 12 Euro. Ich kenne jetzt den Preis nicht. Und dann kannst du dann so ein bisschen die Nachrichten über Kryptowährungen lesen. Und da habe ich gedacht, okay, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass das alles irgendwie zusammengefasst wird. Genauso wie heute du nicht mehr in eine Videothek gehst und dir irgendwie einzelne Filme oder Serien ausleihst oder sogar noch im schlimmsten Fall kaufst, sondern du gehst heute rein bei Netflix, Amazon Prime, Max, Dome oder wie auch immer. Genauso wie heute du nicht mehr immer zum Zeitschriftenkiosk gehen musst und dir einzelne Tageszeitungen oder einzelne Magazine kaufen musst, sondern dass du heute Weekly hast. Genauso wie, dass du früher einzelne CDs dir gekauft hast oder einzelne Musiktitel über Casa oder wie sie alle hießen heruntergeladen hast. Ja, heute hast du Spotify. So, und wie entspannt ist das denn? Ja, du bezahlst eine Gebühr im Monat und du hast dann alle Informationen da drin. Du hast alle Serien, alle Filme da drin. Du hast alle Zeitschriften oder Magazine da drin. Du hast die ganze Musik, die du hören willst, alle in dieser Playlist drin auf dieser Plattform. Und da habe ich mir gedacht, das Ganze muss es doch auch für Kryptowährungen gehen. Wie blöd ist es doch immer, wenn ich sage, mich interessiert jetzt ein Bereich, ich möchte jetzt alles über diese ganzen Kryptowährungen lernen, muss ich 110 Euro bezahlen. Möchte ich etwas über Trading lernen, muss ich 130 Euro bezahlen. Und so weiter. Ich muss immer wieder einzelne Kurse kaufen. Ich muss unzählige YouTube-Kanäle abonnieren. Ist zwar kostenlos, ist der Vorteil, aber trotzdem, ich muss mich erstmal informieren. Ich muss dann darauf gehen, dann habe ich irgendwie gerade keine Zeit. Dann habe ich vielleicht den YouTuber vergessen. Dann muss ich ihn wieder suchen, weil ich vielleicht doch nicht auf Abonnieren gedrückt habe. Und so weiter und so fort. Total unübersichtlich das Ganze. Und da habe ich mir gedacht, was Netflix kann, was Readly kann, was Spotify kann, das muss doch auch irgendwo diese Kryptowelt können. Und daraus ist dann die Kryptoakademie entstanden. Es ist eine Plattform, wo du eine Gebühr pro Monat bezahlst. Genauso wie bei Netflix und du kannst alles zum Thema Kryptowährungen, Blockchain-Technologie erfahren. Und das siehst du zum Beispiel hier. Du kriegst hier einzelne Modulbausteine. Das sind insgesamt gerade 13 Stück, ist aber stetig anwachsend. Also es kommen immer neue Module hinzu und auch immer mehr Lektionen in diesen Modulen. Und dann kannst du sagen, okay, ich interessiere mich heute für Bitcoin. Ja, und ich will heute das erste Mal Bitcoin kaufen. Okay, dann gehst du hier in dieses Modul Bitcoin rein und sagst, okay, hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Bitcoin kaufen kannst. Wenn du sagst, der Herbert oder die Bärbel, die ist heute zu Gast und ich traue mich vielleicht noch nicht so ganz, irgendwie Bitcoin zu erklären. Okay, was ist Bitcoin? Schauen wir uns einmal dieses kurze 10-Minuten-Video an. Du sagst, okay, was ist überhaupt dieser Unterschied von dem Euro, Gold und Bitcoin? Ja, was ist überhaupt da besser? Was ist schlechter? Warum sollte man überhaupt in Bitcoin investieren? Findest du hier den Vergleich? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen unserem Fiat-Geld, Gold und Bitcoin? Was ist, wenn du sagst, ich habe jetzt in Bitcoin investiert und ich möchte es wieder auszahlen lassen? Gut, dann hast du hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung drin und kannst es wieder auszahlen lassen. Und das Ganze gibt es mit so vielen Bereichen. Du bekommst alles über Altcoins. Hier werden dir alle Alternativcoins vorgestellt. Also wenn du irgendwo wieder irgendwo was hörst und sagst, mein Kumpel hat wieder irgendwas über so einen Coin erzählt, ja, dann gehst du einfach in die Kryptoakademie rein, klickst auf Altcoins und in der Regel ist dann schon diese Altcoin da gelistet. Und kurz und knapp in 5-10 Minuten wird dir erklärt, was diese Altcoin überhaupt ist. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ist das Ganze eine seriöse Coin, sollte man da rein investieren oder sollte ich lieber die Hände von weg lassen? Dann gibt es Strategien, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent soll ich überhaupt in Kryptowährung investieren? Sollte ich da überhaupt rein investieren? Und wenn ja, wo rein? Dann findest du hier Investmentstrategien. Wenn du sagst, du möchtest Kryptowährung sichern, dann findest du hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deine Kryptowährung extern sicherst, damit du sie nicht auf den Börsen liegen hast. Dann gibt es diesen ganzen dezentralen Finanzwesenbereich. Staking, Landing, Liquidity-Mining. Denk davon, was dir die meisten da draußen überhaupt nicht erklären können und vielleicht du dir selber nicht mal richtig erklären kannst. Gut, dann gehst du halt in Modul 5, 6 und 7 rein, guckst dir die Videos kurz an, liest dir den Text dadurch durch und dann weißt du, was diese Bereiche sind und wie du selber davon profitieren kannst. Dieses ganze Thema NFT hast du vielleicht von gehört. Dieser Typ, der irgendwie von ein paar Euro auf einmal für 69 Millionen Dollar so ein Gemälde da verkauft hat mit 5000 Fotos drin. Was ist das überhaupt? Warum ist das so wertvoll? Findest du hier drin den kompletten Bereich? Steuerthemen, weil wenn du in Kryptowährungen investiert hast, ist das so ein Schlaraffenland, wo man Steuern bezahlen muss oder schlägt da auch der Fiskus zu und will dann 50% Steuern von dir haben? Erfährst du hier drin? Hast du eine Frage zum Beispiel und sagst, hm, okay, wann muss ich denn überhaupt beim Kauf Steuern bezahlen? Muss ich schon beim Kauf bezahlen? Muss ich erst beim Verkauf bezahlen? Was ist denn, wenn ich zum Beispiel eine Kryptowährung in eine andere tausche? Muss ich dann Steuern bezahlen? Was ist, wenn ich dieses Trading mache? Das heißt, ich kaufe permanent, kaufe und verkaufe permanent. Muss ich dann jedes Mal Steuern drauf bezahlen oder nicht? Was ist zum Beispiel, wenn ich diese neuen Sachen mache wie Staking, Landing, Liquidity Mining? Muss ich denn da auch irgendwie Steuern drauf bezahlen oder nicht? Und wann muss ich sie bezahlen? Oder nur ein ganz einfacher Fall. Hey, ich möchte zum Beispiel Bitcoin verschenken. Na, früher hat man Gutscheine vielleicht verschenkt. Heute sagst du, okay, mein Enkel, der kriegt halt mal Bitcoin oder eine Kryptowährung geschenkt. Wie sieht das Ganze steuerlich aus? Das erfährst du in der Kryptoakademie ganz einfach. Du hast eine Frage, du guckst hier rein und hast sofort innerhalb von wenigen Minuten hast du die Antwort. Also jede Frage, die du über dieses Thema Kryptowährung stellst oder die dir zugetragen wird oder die du in den Medien liest, die beantwortet dir die Kryptoakademie. Und du musst nicht erstmal anfangen, dann irgendwie bei YouTube zu suchen. Du musst nicht anfangen, dir irgendwelche Kurse zu kaufen für viel Geld teilweise. Du hast ja gesehen, teilweise kosten diese über 100 Euro, diese Kurse pro Kurs. Wenn du vier, fünf Kurse kaufst, bist du über vier, fünfhundert Euro, die du dann ausgibst. Und das musst du nicht tun. Und wir wollten das genauso einfach haben wie zum Beispiel Netflix, WeReadly. Genauso einfach wollten wir das auch gestalten. Du willst eine Serie gucken, du willst heute Abend einen Film gucken. Da gehst du ja auch nicht erst in die Videothek oder fährst zum Mediamarkt und leist dir einen Film aus. Nein, dann setzt du dich vor den Fernseher, startest Netflix und schon kannst du gucken. Und genauso soll es mit Kryptowährungen sein. Du sollst nicht mehr unzählige YouTube-Kanäle abonniert haben müssen. Du musst nicht erst extrem lange googeln, sondern wenn du eine Frage zum Thema Kryptowährungen hast, Blockchain-Technologie hast, dann weißt du, kurz einloggen in die Kryptoakademie. Aha, es geht um Bitcoin. Zack, draufklicken. Hier ist dann die Frage beantwortet. Einmal in schriftlicher Form, aber auch nochmal ausführlich in einem Video, wo ich dir zum Beispiel oder jemand anderes dir das ganz ausführlich in einfachen Worten erklärt. Und danach hast du dir die Frage beantwortet. Und auslocken. Fertig ist die Laube. Und es kommen immer wieder neue Sachen hinzu. Dieser ganze Markt entwickelt sich rasant. Und es kommen so viele unzählige Coins hinzu. Das heißt, es kommt immer mal wieder eine Frage. Lockst du dich hier ein und fertig. Und das Ganze musst du nicht irgendwie mit einzelnen Kursen kaufen. Du musst nicht irgendwo erstmal irgendwo hinfahren. Du musst nicht erstmal YouTube irgendwie durchsuchen. Sondern du bezahlst eine einzige Gebühr pro Monat und bekommst dann alle Informationen. Und ich glaube, das ist dann das Exklusive, was diese Kryptoakademie hat. Wo ich immer sage, wenn mich jemand fragt, Thomas, was ist denn diese Kryptoakademie? Kannst du das Ganze mal mit einem Wort beschreiben oder mit einem Satz beschreiben? Sage ich immer. Es ist das Netflix für Kryptowährungen. Weil letztendlich, es hat dieselbe Funktion wie Netflix. Netflix kümmert sich um Filme und Serien. Wir kümmern uns um Kryptowährungen. Aber vom Modell her und vom Aufbau her ist es genau dasselbe. Und genauso wie du vielleicht ein Netflix-Abo im Haus hast. Genauso wie du vielleicht ein Spotify-Abo hast. Genauso wie du vielleicht dieses Readly oder Audible-Abo hast. Genauso wenn du dich um das Thema Kryptowährungen interessierst. Oder über das Thema Kryptowährungen interessierst. Dann solltest du genauso ein Kryptoakademie-Abo zu Hause haben. Und du kannst dich immer einloggen. Und diese ganze Sucherei hat dementsprechend ein Ende. Ich hoffe, ich konnte dir in diesen ca. 20 Minuten einmal erklären, was ist die Kryptoakademie? Was sind die Vorteile dieser Akademie? Und warum könnte es sehr interessant für dich sein? Weil es einfach einfach ist. Weil du nur eine Gebühr bezahlst und nicht unzählige Videokurse kaufen musst. Und die Kryptoakademie hat noch mehr. Das möchte ich dir auch noch mal kurz erzählen. Das ist natürlich der Kernbereich, den ich dir jetzt gezeigt habe. Aber ich möchte dir noch eine andere Sache zeigen. Es gibt dann so eine Discord-Gruppe. Discord ist sowas wie das WhatsApp und Zoom oder Skype in einer Plattform. Wo regelmäßige Experten-Talks stattfinden. Wo man chatten kann. Das heißt, hier ist dann so eine Community drin. Wo die Leute reinkommen. Hier können die dann Fragen stellen zum Thema Kryptowährungen. Hier ist auch immer dann ein Experte drin. Der, der dir die Fragen beantwortet. Hier gibt es dann dieses sogenannte Monday-Meetup. Das heißt, jeden Montag machen wir dann so eine Art Mastermind-Gruppe. Das heißt, hier fachsimpeln wir über die Kryptowährungen. Hier machen wir Chart-Analysen. Hier machen wir Coin-Analysen. Hier machen wir auch Investment-Strategien. Bedeutet, jetzt geht der Markt nach unten. Sollte man jetzt nachkaufen? Sollte man jetzt nicht nachkaufen? Wie kann man sein Depot absichern? Oder wenn es mal nach oben geht. Welche Coins haben denn jetzt extremes Potenzial? Wo macht es vielleicht mal Sinn, jetzt mal den einen oder anderen Euro zu rein investieren? Weil die Renditechancen sind da extrem groß. Und genau das analysiert immer ein Experte. Einmal die Woche, jeden Montagabend mit der Community. Und die Community kann auch dann Fragen an den Experten stellen. Und das ist immer ganz, ganz charmant. Weil es so diesen Community-Gedanken hat. Weil man einfach diesen Austausch hat. Und weil man live immer einen Experten hat, der das Ganze analysiert. Also wer ein bisschen tiefer da mit reingeht, der vielleicht schon länger am Kryptomarkt dabei ist. Für den ist das vielleicht ganz, ganz interessant. Vergleichbare Mastermind-Gruppen, die kosten über 100 Euro pro Monat. Ich glaube, die günstigste liegt irgendwo bei knapp 116, 117 Euro pro Monat. Wenn es so um eine Kryptomastermind geht. Das heißt, wo ein Experte drin ist oder mehrere Experten drin ist. Die dann mit dir Coin-Analysen durchgehen und so weiter. Hier ist das in der Kryptoakademie komplett inklusive. Du bezahlst dir nichts on top. Das heißt, du hast einmal diese ganze Plattform für die Weiterbildung. Und wenn du sagst, ich möchte auch daran regelmäßig investieren. Und möchte langfristig schon gute Renditen erzielen. Und möchte da schon die eine oder andere Strategie für haben. Dann sind diese Mastermind-Abende immer Montagsabends sehr, sehr interessant für dich. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe. Es gibt auch, wo man dann so ein bisschen auch sich da austauschen kann. Telegram ist so der Pardon zu WhatsApp. Darüber kann man sich austauschen. Es gibt auch einen VIP-Mitgliederbereich. Für diejenigen, die das volle Programm wollen. Der Vorteil dort ist, dass es auch ein jährliches VIP-Treffen gibt. Bedeutet, dass man sich einmal im Jahr in Dubai, Singapur, in Silicon Valley oder wo auch immer auf dieser Welt trifft. Wo dann ein paar Krypto-Experten zu Gast sind und Gastvorträge halten. Aber in physischer Form, nicht in Online. Und wo man dann networken kann. Also wo andere Mitglieder auch mit drin sind, die dasselbe Interesse haben wie du. Das heißt, man kann sich mit den Experten austauschen. Bei einem Drink oder bei einem Essen. Man kann sich mit anderen Gleichgesinnten austauschen. Und da ein bisschen fachsimpeln. Und abends wird dann natürlich Party gemacht. Da wird dann der Shampoos geköpft. Oder auch natürlich das nicht-alkoholische Getränk. Je nachdem, wie man möchte. Und da kann man sich auch ein bisschen privat kennenlernen. Und da, wie gesagt, fliegen wir einmal im Jahr an einen schönen Ort dieser Welt. Und das ist dann für die VIP-Mitglieder der Kryptoakademie. Und ja, macht immer sehr, sehr viel Spaß. Also, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte dir das Ganze ein bisschen näher bringen. Wenn du noch Fragen hast zur Kryptoakademie, schreib sie gerne unten in die Beschreibung rein. Nicht in die Beschreibung, sondern in die Kommentare natürlich. In die Kommentare rein. Den Link zur Kryptoakademie, den findest du unten in der Videobeschreibung. Du bekommst auch momentan ein Early-Bird-Rabatt. Das bedeutet, du kannst dir bis zu 50% Rabatt sichern. Für die, ich glaube, 100 Anmeldungen sind das jetzt aktuell. Das bedeutet, wenn du sagst, ich habe Interesse, dann sichere dir doch einfach 25 bzw. 50% Rabatt auf die monatliche Mitgliedschaftsgebühr. Und du gehst auch keinerlei Risiko ein. Das heißt, du kaufst dir nicht die Katze im Sack. Sondern du kannst den ersten Monat komplett for free testen. Dir wird auch kein Geld im ersten Monat abgebucht. Und du kannst auch im ersten Monat jederzeit sagen, die Kryptoakademie ist doch nichts für mich. Dann kannst du die Mitgliedschaft jederzeit beenden. Also, wie gesagt, du kaufst dir keine Katze im Sack. Du kannst es vier Wochen lang komplett gratis testen. Du kannst mal reinschnuppern und dann entscheiden, ist die Kryptoakademie etwas für dich oder ist es nichts für dich. Also, du gehst keinerlei Risiko ein, wenn du einfach dieses Angebot einmal in Anspruch nimmst. Wichtig ist, sichere dir den Rabattcode. 25 bzw. 50% Rabatt kannst du jeden Monat sparen. Dieses Geld kannst du dann wieder in Coins investieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du auf Gefällt mir drückst. Wenn du sagst, ich habe Fragen dazu, schreib sie mir unten in die Kommentare rein. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Dein Thomas.